Ich muss perfekt aussehen. Okay, das tue ich immer. Er wird mir nicht widerstehen können. Ach, ich hasse meinen Job. Obwohl, es gibt auch Vorteile. Guck ihn dir an. Er sieht so süß aus. Er sollte mit mir gehen. Wir werden so glücklich. Du bist so lustig. Jetzt küss mich. Wow, du hast geübt. Warte, was passiert hier? Was zur... Hey, warum putzt du nicht? Und halte dich von Nick fern. Er gehört mir. Ach, wirklich? Willst du dieses Spielchen spielen? Gib's her. Lass los. Wenn du das sagst. Nicht dein Ernst. Guck, was du getan hast. Oh, sein schönes Gesicht. Das ist deine Schuld. Du hast angefangen. Nein, auf keinen Fall. Das wird nicht gehen. Ach, das ist schrecklich. Warte mal. Ich fühl mich kreativ. Ja, ich weiß. Los geht's. Guck dir das an. Das ist zu lustig. Ich wollte nur helfen. Hey, was ist das? Hm, ich hab eine Idee. Wow, das ist so schön. Lass mich mal sehen. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche mehr Zeitung. Ich falte die um. Genauso. Jetzt hab ich einen Fächer. Ich brauche noch eine Seite. Die lege ich hier drauf. Ich mache Schichten. Probieren wir's an. Wow, das hat geklappt. Ich fühl mich wie eine Prinzessin. Das ist wundervoll. Wie hat sie das gemacht? Ich sollte so ein hübsches Kleid tragen. Ich weiß. Ich mach eins aus dem Geld. Ich hab ja eine Menge davon. Ich trage Kleber auf. Und klebs auf mein Kleid. Diesen Schein falte ich. So ist es perfekt. Ich brauche mehr Kleber. Das muss festkleben. Ich will nicht, dass das auseinanderfällt. Es ist fertig. Ich fühl mich wie eine Million Dollar. Es ist bestimmt mehr als das. Wow, das ist wunderbar. Hast du toll gemacht. Ich schnapp mir was. Hey, das gehört mir. Och, wie unfair. Och, ich mag keins von beiden. Die können in den Müll. Der kann auch weg. Den brauche ich nicht. Nö, das kann weg. Guck dir diesen Müll an. Ich will das nicht. Hab ich gut geschlafen. Was ist hier los? Wo kommt das her? Warte mal. Gratis-Klamotten. Jackpot. Ich stehe besser auf. Autsch, mein Fuß. Das tat echt weh. Ist das dein Gold? Ich entsorge nur Müll. Pass doch auf. Warte. Ich hab eine Idee. Ich brauche Schuhe. Ich hab diese große Pappe. Auf die skizziere ich einige Formen. Das sind alle. Die schneide ich jetzt aus. Muss nur den Linien folgen. Ich will keinen Fehler machen. Ich ritze die Seiten ein. So lassen sie sich leichter biegen. Jetzt kann's losgehen. Das kommt hier drauf. Ich nehme Klebeband zum Fixieren. Jetzt zum nächsten Teil. Hier brauche ich Kleber. Am Rand kommt ein Tropfen drauf. Das wird der Riemen. Hm, der braucht noch etwas Farbe. Ich nehme rosa. Und hier ist mein zweiter Schuh. Wow, die sehen gemütlich aus. Ich probiere sie gleich an. Hoffe die passen. Wow, echt bequem. Die sind perfekt. Sind okay, schätze ich. Ich brauche neue Schuhe. Aber die müssen besonders sein. Und zwar glamourös. Ich habe genau das Richtige. Ich brauche eine Vase. Und eine Kelle. Die habe ich von meinem Koch. Ich trage Kleber auf die Vase auf. Und klebe die Kelle dran. Auf den Griff platziere ich Diamanten. Man kann nie genug davon haben. Ich denke, das war's. Wow, schau sie dir an. Die sind so schick. Gib's zu, du bist neidisch. Wow, so glänzend. Ich werde Aufmerksamkeit bekommen. Die fühlen sich toll an. Zeit zum Stolzieren. Warte, ich habe ein Problem. In denen kann ich nicht laufen. Ach, wen kümmert's? Oh yeah. Ich freue mich meines Lebens. Ich sollte jetzt tanzen. Ich liebe diesen Lippenstift. Schau mich an. Schau mich an. Du klingst blöd. Jeder hat Schminke. Sogar ich? Warte kurz. Ich brauche nur eine Sekunde. Ah, hier ist es. Ah, eine Ratte. Weg von mir. Ist sie weg? Äh, tut mir leid. Jetzt weiß ich, wo das Fiepsen herkam. Moment mal, was ist das? Hm, das bringt mich auf eine Idee. Ich fange besser gleich an. Ich brauche einen Klebestift. Mit dem fahre ich am Rand entlang. Ich klebe die zusammen. Jetzt muss ich falten. Ich brauche eine Falz. Genau so. Dann das hier öffnen und wieder falten. Meine Origami-Stunden machen sich bezahlt. Hier kommt noch eine Falte hin. Langsam nimmt es Form an. Ich klebe hier ein Herz drauf. Ich habe eine neue Tasche. Wie findest du die? Da passen all meine Sachen rein. Guck's dir an. Rein damit. Genau, was ich gebraucht habe. Hm. Ich weiß. Ich nutze diesen Kissenbezug. Naja, der ist aus Gold. Das ist meine Lieblingsfarbe. Hm. Ist nicht ganz richtig. Ich muss Anpassungen vornehmen. Ich brauche meine Schere. Ich schneide die Mitte durch. Dann nehme ich meine Heißklebepistole. Mit der verschließe ich den Boden. Ich brauche auch einen Gurt. Die Kette ist perfekt. Das ist fantastisch. Voll stylisch. Ich liebe sie. Da kommt mein Make-up rein. Es gibt so viel Platz. Ich bin zufrieden mit der. Hä? Was ist das für ein Fiepsen? Ah. Was ist mit der los? Oh, hey. Es ist so kalt. Hey, Butler. Was soll das sein? Ich glaube nicht. Ich nehme die. Bitte? Komm schon. Ich will andere Kleidung. Ist das dein Ernst? Das ziehe ich nicht an. Ich ziehe die an. Hört er mich überhaupt? Butler? Na gut. Die wird gehen. Sie hat eine Jacke? So geht das nicht. Ah. 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 Das kann ich gebrauchen. Ja. Ich habe es. Ich lege das auf den Tisch und mache Einschnitte. Ich will Fransen machen. Einmal komplett durch. Sieht gut aus. Jetzt umdrehen. Ich trage Kleber auf die Rückseite auf. Ich brauche nur eine dünne Linie. Das reicht schon. Jetzt klebe ich das an meine Jacke. Hier ist ein guter Platz. Das muss schön fest kleben. Ich mache das auch entlang der Ärmel. Wow. Gefällt mir. So modisch. Gut aussehen und sich gut fühlen. Damit sollte ich auf den Laufsteg. Die ist so schick. Und sieht teuer aus. Oh. Oh. Ich will die anfassen. Äh. Ich glaube nicht. Du bist echt gemein. Ich muss mich aufwärmen. Hä? Was ist das? Wie kommt die denn da hin? Warte. Da ist noch was. Ich bin verwirrt. Bin ich eine menschliche Mülltonne? Warte mal. Ich lege gleich los. Ich schneide die Tüte auf. Einfach den Rand abschneiden. Das brauche ich nicht. Ich drehe die Tüte um und mache sie auf. Ich lege hier noch eine hin. Die klebe ich zusammen. Das mache ich auch mit der anderen Seite. Es gibt noch mehr zu tun. Ich falte eine Tüte zu einem Quadrat. Dann wird geschnitten. Dann wird geschnitten. Ich mache einige Fransen. Die klebe ich an die große Tüte und schichte sie. Jetzt noch Ärmel. Gefällt mir. Und jetzt zum Kronkorken. Den mache ich platt. Der kommt an meine Jacke. Wow. Guck dir die an. Die geht voll ab. Besser als ich dachte. Was denkst du? Das ist der beste Teil. Mach, dass es aufhört. Ich habe großen Hunger. Ich brauche Essen. Das sieht köstlich aus. Mein Kompliment an den Koch. Schätze, ich werde Kartoffeln essen. Ich beschwere mich nicht. Die schmecken lecker. Ah, meine Augen. Ich sehe nichts. Hä? Moment mal. Ich weiß, was zu tun ist. Los geht's. Ich brauche ein Feuerzeug. Mit dem schmelze ich das Plastik. Das muss weich werden. Jetzt kann ich's biegen. Genau so. Hier kommt ein Klecks Kleber drauf. Nicht viel. Ich habe noch ein Messer. Die klebe ich zusammen. Wow, meine neue Sonnenbrille. Die sieht voll cool aus. Ziemlich geil, was? Jetzt kann ich sehen. Wo war ich? Was hast du denn da? Ich habe auch eine Sonnenbrille. Meine kommt aus Paris. Hm, ich bin nicht ganz zufrieden. Die ist zu gewöhnlich. Warte, ich habe es. Ich nutze meinen Schmuck. Los geht's. Ich klappe die Sonnenbrille auf. Und hier ist meine Heißklebepistole. Ich trage Kleber auf den Rahmen auf. Da kommt mein Armand dran. Aber sie braucht mehr. Und zwar meinen Ohrring. Der passt in die Mitte. Jetzt ist sie fertig. Schau dir die an. Wow, ich sehe fantastisch aus. Ich muss dieses Outfit präsentieren. Gute Idee. Ich habe mich noch nie so schick gefühlt. Ich meine, schau mich an. Ich bin ein Model. Dein Ernst? Hast du mein Outfit gesehen? Das ist sowas von angesagt. Ich bin eine Trendsetterin. Bist du bereit? Du weißt es. Lass uns feiern. Oh yeah, ich liebe diesen Song. Oh, wieder Schule. Wenigstens habe ich mein Handy zu unterhalten dabei. Oh nein, mein Shirt. Das kann ich nicht anlassen. Warte. Ich glaube, ich kriege es hin. Und zwar mit diesen Stiften. Yeah, das wird gehen. Ich mache einen Stift auf mein Shirt. Und dann noch mehr. Einmal von oben nach unten. Wichtig ist, dass der Fleck bedeckt ist. Sieht gut aus. Schön bunt. Verrate es aber niemandem, okay? Psst. Oh, danke, danke. Ich weiß, ich sehe fantastisch aus. Ich wäre gerne die Ballkönigin. Aber zuerst muss ich ein Kleid finden. Hm, nee. Passe. Das gefällt mir auch nicht. Keins von denen. Warte. Das ist es. Das ist das Kleid. Die Detailarbeit. Die Kunstfertigkeit. Die Edelsteine. Es ist wunderschön. Das ist das Kleid meiner Träume. Das würde mir super stehen. Warte mal. Wie viel kostet das? Für ein Kleid? Wow, das ist doch verrückt. Hoffe, ich kann es mir leisten. Mal sehen. Ich glaube, das reicht nicht. Es soll wohl nicht sein. Ein Mädchen darf aber noch träumen. Moment mal. Ich habe eine Idee. Das werde ich brauchen. Ich verwandle das in was Besonderes. Das kommt auf den Tisch. Jetzt brauche ich einen schwarzen Marker. Ich ziehe eine Linie über die Brust. Eine Linie kommt die Schulter entlang. Darf die andere Seite nicht vergessen. Jetzt ziehe ich eine Linie am Hals entlang. Und dann brauche ich eine Schere. Ich schneide das Mittelteil aus. Diesen Spiegelstoff, den ich in Streifen geschnitten habe, klebe ich auf und ich habe Träger angebracht. Und schon kann ich es tragen. Wow, das sieht toll aus. Ich kombiniere das mit einer funkelnden Hose. Ist schick und stylisch. Und war einfach zu machen. Lasst uns feiern. Oh yeah. Jasmine ist unsere neue Abschlussballkönigin. Wie toll. Das ist so entspannend. Ich habe selten Zeit für mich. So eine Abwechslung fühlt sich gut an. Ich werde die genießen. Hä? Was ist los? Oh, die ist von Justin. Warte. 15 Minuten? Ich muss mich fertig machen. Ich habe vergessen, dass wir uns treffen wollten. Jetzt aber schnell. Ich habe keine Zeit, meine Haare zu stylen. Ein wenig Puder. Das muss reichen. Das Hemd ist süß. Fast fertig. Die Jeans passt immer gut. Ist enger, als ich dachte. Komm schon. Rein da. Ich habe keine Zeit dafür. Warum ist das so schwer? Das ist so nervig. Versuchen wir es nochmal. Hey, ich habe es geschafft. Puh, ich bin erleichtert. Ich nehme alles zurück. Jetzt los. Warte mal. Machst du Witze? Ich habe mich schon gewundert, warum es so zieht. Das ist eine Katastrophe. Was denn jetzt? Oh, ich muss mich umziehen. Schnell. Es sei denn. Ja, ich weiß. Ich brauche diesen Spitzenstoff und eine Schere. Ich halbiere die Spitze und mache einen Schnitt entlang der Naht. Komplett das Bein entlang. Jetzt trage ich Leim auf die Naht auf und dann klebe ich die Spitze an. Das ist hübsch. So sollte es gehen. Genau, was ich mir vorgestellt habe. Ich kann es kaum erwarten, den zu zeigen. Das war einfach. Aus der Jeans ist ein Maxi-Rock geworden. Hey, bin unterwegs. Uuh, die Dehnung tut gut. Spüre das Brennen. Diese Muckis wollen gepflegt werden. Ohne Fleiß. Kein Preis. Oh mein Gott, Justin, schau drüber. Ich bin so schlecht im Flirten. Ich gucke mich im Spiegel an. Was? Dein Ernst? Das wird seine Aufmerksamkeit erregen. Ich bin eine schlanke Trainingsmaschine. Nein, immer noch nicht. Ich versuche es mal anders. Ich mache einige Nackenrollen und werfe meine Haare lässig zurück. So wie in der Shampoo-Werbung. Wow, mir ist schwindelig. Puh, ich brauche eine Pause. Er schaut immer noch nicht drüber. Äh, du ruinierst die Stimmung. Nur ich und meine Bizeps. Wow. Irgendwie seltsam. Ich kapiere es nicht. Oh, jetzt schon. Meine Haare sehen schlimm aus. Ich muss die richten. Und ich weiß auch wie. Das wird super. Ich werde Justin beeindrucken. Dafür brauche ich diese Schaumstoffnudel. Ich schneide mir ein Stück ab. Das muss reichen. Dann wickle ich meine Haare drum. Und zwar schön straff. Ich muss das fixieren. Mit einem Netz geht's. Perfekt. Ich mache das auch auf der anderen Seite. Und gleich habe ich Locken. Ich muss nur kurz warten. Ich werde ihn vom Hocker hauen. Oh, Justin. Was denn jetzt? Was hast du da im Kopf? Schau es dir an. Gib mir eine Sekunde. Wie frisch vom Friseur. Und das im Fitnessstudio. Das ist der letzte. Und dann aufschütteln. Was denkst du? Gefällt dir, was du siehst? Wow, du siehst fantastisch aus. Diese Reaktion habe ich erwartet. Ich wusste, dass das klappt. Hey, Jasmine. Wollen wir abhängen? Du kannst mir beim Hanteltraining zusehen. Äh, lass uns stattdessen ausgehen. Oh, das sieht gut aus. Wow, guck dir diese Pose an. Er ist so sensibel. Und verwegen. Okay, das ist mein Favorit. Als würde er mich direkt ansehen. Wir wären ein tolles Paar. Ich mag das auf jeden Fall. Warte, er hat ein Tattoo? Das muss ich mir genauer ansehen. Das ist cool. Und dieses Herz. So süß. Hm, vielleicht lasse ich mich auch tätowieren. Meine Arme sehen ziemlich langweilig aus. Aber ich habe Angst vor Nadeln. Warte mal. Ich habe ja diese Aufkleber. Ich brauche kein Tattoo. Wenn ich die nehmen kann. Ein Versuch ist es wert. Ich ziehe das ab und klebe es auf meinen Arm. Noch flach andrücken. Jetzt brauche ich mein Make-up. Ich fange mit Orange an. Damit bedecke ich die Herzen. Dann kommt blauer Lidschatten. Das wird toll. Daran hätte ich gleich denken können. Wird wie ein echtes Tattoo aussehen. Aber ohne Nadel. Wow, ist besser als ich dachte. Zeit für ein Selfie. Und das poste ich jetzt. Hoffe Justin sieht's. Wow, ich bekomme schon Likes. Oh, eine Nachricht. Passiert das wirklich? Natürlich will ich. Ich habe ein Date mit Justin. Juhu. Ich mache mich besser fertig. Hab ich gut geschlafen. Ich habe geträumt, ich hätte noch mehr Geld. Das war echt cool. Hey, hier stimmt was nicht. Wo ist meine Hose? Kein cooler Look. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß. Ich werde ein bisschen online shoppen. Hm, die Auswahl ist groß. Die sieht gut aus. Wow, das ging ja schnell. Ich will noch mehr. Geld ausgeben macht Spaß. Mehr, mehr, mehr. Hm, reicht das jetzt? Wow, guck dir all die Pakete an. Mein Bankberater wird voll sauer sein. Aber ich bereue nichts. Warte, die Hose. Ah, da ist sie ja. Die probiere ich an. Oh, oh, das war unklug. Oh. Mein Leben ist wie im Film vor meinen Augen abgelaufen. Und wo ist jetzt die Hose? Hoffe, die ist die Mühe wert. Nice. In der werde ich gut aussehen. Mh, ich liebe Flakes. Besser kann man nicht in den Tag starten. Ich kriege nichts mehr runter. Hm, dann lese ich was in der Zeitung. Ein bisschen Klatsch und Ratsch. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Was haben wir hier? Hm, interessant. Wow, das wusste ich nicht. Wirklich? Faszinierend. Man lernt jeden Tag was Neues. Ich kann die nicht weglegen. Wow. Autsch. Das tat weh. Was ist passiert? Warte mal. Hier hängen überall Fäden. Wo kommt der denn her? Ich folge ihm. Oh, ich glaube, ich weiß, wo der endet. Das waren meine Lieblingsjeans. Die sind ruiniert. Och, nö. Ich habe kein Geld für eine neue. Vielleicht kann ich die reparieren. Ein Versuch ist es wert. Ich hole mein Nähzeug. Hier wird doch was Nützliches drin sein. Mal gucken. Oh, hier ist ein Faden. Aber nicht viel. Der reicht nicht. Was gibt's noch? Hm, eine Sicherheitsnadel. Die könnte nützlich sein. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Das ist ein echt großes Loch. Und ich werde es noch größer machen. Ich schneide an der Naht. Das Bein entlang nach unten. Genau so. Jetzt kommen die Sicherheitsnadeln. Ich stecke sie durch den Schlitz in der Jeans. Und dann sichern. Das mache ich entlang der gesamten Naht. Ich habe sie in gleichmäßigen Abstand angebracht. So müsste es gehen. Wow, sieht echt toll aus. Und ich fühle mich so schick. Mit der sollte ich auf den Laufsteg. Die Leute würden viel Geld dafür bezahlen. Also, wo war ich? Ich liebe Eiscreme. Es ist so... Mua. Ich habe es extra aus Italien einfliegen lassen. Guck dir das an. Ich werde mein Eis genießen. Nein. Es hat meine Jacke bekleckert. Die Welt ist so ungerecht. Das ist lustig. Ja, schätze, du hast recht. Voll erwischt, Eiscreme. Ich ziehe mich besser um. Das kann ich nicht mehr tragen. Die gehört in den Müll. Das fühle ich nicht. Das muss weg. Also, das sieht gut aus. Du bist so bescheiden. Warte. Och, nö. Ich wechsle besser mein Oberteil. Hm, wie hat er das gemacht? Ist er ein Zauberer oder so? Oh, ich weiß. Zuerst drehe ich mein Oberteil um. Dann kommt der Ärmel über meine Schulter. Die Ärmel bringe ich am Rücken zusammen. Und mache einen Knoten rein. Der muss schön fest sitzen. Jetzt nehme ich den unteren Teil. Ich wickle den um meine Taille. Und festknoten. Das war's. Ein hübsches, asymmetrisches Oberteil. Ich muss los. Daran hätte ich früher denken sollen. Wow, Madison. Mir gefällt dein Style. Mir ist so langweilig. Ich hasse diesen Kurs. Was geht, Ladies? Ja, ich bin's wirklich. Ich seh gut aus. Und ich fühl mich gut. Check out my drip. Wow, er sieht fantastisch aus. Ich bin nicht beeindruckt. Mach mal was aus deinen Schuhen. Schau dir meine an. Die sind einmalig. Was? Nein, das darf nicht sein. Ich bin der, der Style hat. Mein Ruf ist dahin. Warte. Ich habe eine Idee. Yeah. Ich werde wieder glänzen. Hier ist mein Schuh. Und hier habe ich einen Klebestift. Ich reibe den Kleber über meinen Schuh. Der darf aber nicht trocken werden. Ich muss also schnell sein. Und streuchle jetzt da drüber. Jeder will Glanz im Leben, oder? Ich habe Silber genommen. Mag ich genauso wie Gold. Jetzt noch ein paar Accessoires. Ich habe mein Schmuckkästchen geplündert. Die runden die Sache ab. Ist voll spannend. Wow, die sehen echt gut aus, stimmt's? Ähm, guck dir diese heißen Träte an. Total cool, was? Sind okay, schätze ich. Hm. Wow, ich liebe sie. Ich will auch welche. Meine Stiefel sind so schlicht. Hm, ich muss doch was tun können. Aha, ich hab's. Jetzt bekomme meine Stiefel ein Makeover. Ich brauche diesen Marker. Zuerst male ich eine Strichlinie auf den Stiefel. Sieht ungefähr richtig aus. Jetzt schneide ich den hinteren Teil ab. Übrig bleibt ein süßer Latschen. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch kleine Aufkleber. Die ergeben ein hübsches Muster. Jetzt sind sie fertig. Zeit, sie vorzuführen. Hey, guckt euch die an. Habe ich selbst gemacht. Hä? Was? Wow, voll nice, Madison. Ja, wer ist der Designer? Ich glaube, ich habe die in Paris gesehen. Äh, ja, genau. Von da kommen die. Was für ein toller Tag. Ich hatte eine schöne Zeit. Wow. Oh, das tat weh. Zum Glück hat das keiner gesehen. Oh nein, mein Kleid. Es ist zerrissen. Hm, ich kriege das wieder hin. Mutter Natur wäre stolz. Ich bin's. Unfassbar, dass ich verpennt habe. Aber ich habe es noch pünktlich geschafft. Ich ziehe mich gleich für die Sportstunde um. Gut, dass ich das Sportzeug dabei habe. Lasst uns bald spielen. Hey, ich bin hier. Hä? Was für eine Unordnung. Diese verwöhnten Kids räumen nie auf. Das wandert alles in den Müll. Eine Putzfrau hat immer zu tun. Das würden sie nur ohne mich tun. Äh, wahrscheinlich jemand anderes einstellen. Egal, ich bin hier fertig. Das war ein tolles Spiel. Jetzt anziehen. Hey, wo ist mein Rock? Der war doch eben noch hier. Der kann doch nicht einfach weg sein. Das ist übel. So kann ich nicht zum Unterricht. Hä? Das ist mein Schal. Der könnte nützlich sein. Ich falte den in der Mitte. Und wickle ihn um meine Taille. Dann umschlagen. Und noch einmal. Jetzt brauche ich ein Haargummi. Mit dem fixiere ich den Staub, damit nichts verrutscht. Wow, gefällt mir. Wenigstens sind meine Schuhe noch hier. Das steht mir. Puh, was für ein Tag. Ich habe Staub gewischt, überall gesaugt und mache jetzt die Wäsche. Ich arbeite schon den ganzen Tag. Aber es muss getan werden. Wenigstens bin ich gleich fertig. Nur noch das Shirt bügeln. Und dann kann ich entspannen. Vielleicht gucke ich einen Film. Oh, jemand ruft an. Ich gehe mal lieber ran. Hallo, hey, wie geht's dir? Wirklich? Mindy hat das gemacht. Das ist echt lustig. Lass uns essen gehen. Warte, was riecht hier so? Es riecht verbrannt. Nein, das Bügeleisen. Oh, mein Shirt. Da ist ein Loch drin. Das kann ich nicht mehr anziehen. Oder doch? Ich habe eine Idee. Ich lasse mich inspirieren. Mal sehen. Oh, das ist hübsch. So farbenfroh. Ich lege das übers Loch. Jetzt brauche ich Frischhaltefolie. Mit der decke ich das Bild ab. Den Rest schneide ich ab. Damit bin ich fertig. Jetzt brauche ich Backpapier. Das kommt oben drauf. Zum Abdecken. Und jetzt das Bügeleisen. Mit dem bügele ich über das Bild. Schön langsam. So sollte es gehen. Ich bin ein Profi im Bügeln. Hoffe, das hat geklappt. Ich ziehe das Papier ab. Genau wie ich es geplant habe. Wow. Ich sollte mehr Shirts verbrennen. Hey, ich bin jetzt Modedesignerin. Oh, ich komme zu spät. Die Schuhe müssen passen. Sieht gut aus. Hm, welche Tasche nehme ich? Accessoires sind wichtig. Die passt zum Outfit. Hm, doch nicht. Die also nicht. Was habe ich noch? Die ist okay. Aber besteht nicht den Schuh-Test. Die bleibt zu Hause. Oh, die könnte passen. Mir gefällt die Farbe. Aber da fehlt der Wow-Faktor. Ein klares Nein. Nee, auf keinen Fall. Niemals. Hm, keine Chance. Das sind all meine Taschen. Und keine passt zu meinem Outfit. Brauche ich überhaupt eine Tasche? Ich kann die Sachen auch so nehmen. Hm, lieber nicht. Warte mal. Die ist perfekt. Ich habe einen Plan. Ich stecke mein Geld in die Geldbörse. Darf mein Make-up nicht vergessen? Ja, pass rein. Ich bin happy. Viel besser. Und meine Schuhe sehen fantastisch aus. Jetzt kann ich ausgehen. Oh, ich bin wach. Sei still. Ich habe so gut geträumt. Ich bin echt kein Morgenmensch. Und habe ein Bad Hair Day. Ich muss die waschen. Versuchen wir es nochmal. Schon besser. Noch kurz föhnen. Warte. Meine Haut ist so matt. Ist okay. Ich habe genau das Richtige dafür. Ich trage die Gesichtsmaske auf. Die behebt das. Ist wie eine Wunderkur. Meine Haut wird strahlen. Ich darf meine Nase nicht vergessen. Dinge, die ich tun muss, um gut auszusehen. Hm. Ich habe noch Zeit. Ich bin ja früh aufgestanden. Puh. Ist irgendwie anstrengend. Ich bin müde. Ich mache kurz meine Augen zu. Einhörner können keine Autos fahren. Hä? Ich muss eingeschlafen sein. Was? Wie spät ist es? Nein. Das kann nicht sein. Die Gesichtsmaske war zu lange drauf. Die geht nicht ab. Warum starrt mich jeder an? Wenigstens sehe ich auf den Fotos gut aus. Würdevoll altern heißt es. Nein. Das kann ich nicht zulassen. Okay. Denk nach. Ich muss doch was tun können. Der Staubsauger. Na klar. Ich saug die von meinem Gesicht runter. Das muss klappen. Wünsch mir Glück. Hey. Das klappt. Die Maske geht ab. So einfach. Aber fühlt sich komisch an. Gleich geschafft. So. Alles weg. Meine Haut ist makellos. Eine Sache gibt es noch zu tun. Du wanderst in den Müll. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Okay. Ah. Der Kaffee ist genau richtig. Hm. Das sieht gut aus. Wow. Guck dir das an. Oh oh. Ich glaube ich muss niesen. Hä. Hä. Achiu. Oh nein. Mein Kaffee. Überall auf meinem Shirt. Oh. Genau was ich jetzt brauche. Das gibt einen Fleck. Warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Hey. Vielleicht wird es Zeit für einen neuen Stil. Aber welche Farbe steht mir? Mir bleibt nur eins übrig. Ich brauche ein Modell. Und es ist genau hier. Ich lege los. Ein kleiner Schnitt hier. Und das war's. Probieren wir ein paar T-Shirts an. Okay. Nicht schlecht. Uh. Das ist schön. Sieht gut aus. Hm. Ich weiß nicht. Das ist es. Das ist super. Steht mir, oder? Ich liebe diese Farben. Es ist perfekt. Ich halte mich erst mal von Kaffee fern. Puh. Was für ein Tag. Und ich muss mich noch fertig machen. Jasmine ist bald da. Das ist schon besser. Jetzt brauche ich Make-up. Ich trage ein bisschen Lipgloss auf. Der lässt mich nie im Stich. Mit dem sehe ich immer gut aus. Hm. Warum habe ich die Hose angezogen? Die muss weg. Ich checke mal meinen Kleiderschrank. Ah. Der könnte passen. Wie sehe ich aus? Hm. Ist okay, denke ich. Hi, Mindy. Äh. Hey. Was hältst du von meinem Outfit? Was ist das? Gefällt es dir nicht? Ich dachte, das sieht gut aus. Mädchen. Auf keinen Fall. Komm. Du brauchst Hilfe. Zum Glück bin ich hier. Kevin. Wir brauchen jetzt Privatsphäre. Nicht gucken. Was haben wir denn hier? Hm. Gibt nicht viel, womit wir arbeiten können. Warte mal. Die Krawatten sind gut. Ja. Mit denen wird's gehen. Zuerst schneide ich die Krawatte durch. Ist okay. Ich mach sie besser. Das macht Spaß. Okay. Ich leg die zu den anderen. Dann überlappe ich die. Und stecke sie fest. Die soll nicht verrutschen. Jetzt nähe ich die zusammen. Zum Glück hab ich eine Nähmaschine. Mit der geht's schneller. Ich mache die Stiche auf der Rückseite der Krawatten. Dann sieht's besser aus. Ich muss vorsichtig sein. Ich will ja nicht meine Finger annähen. Jetzt nähe ich den Reißverschluss an. Ich habe noch einen Bund angenäht. Ich denke, das war's. Schauen wir mal. Komm schon, Mindy. Was dauert so lange? Oh, da bist du ja. Ich hab echt ein Auge für Design. Aber eine Sache noch. Okay, schau mal in den Spiegel. Wow, ich bin beeindruckt. Das ist perfekt. Die Lederjacke rundet dein Outfit ab. Oh, gute Idee. An sowas hätte ich nie gedacht. Danke, Jasmine. Wir wollen nicht zu spät kommen. Warte, ich muss meine Haare richten. Das sieht toll aus. Auf geht's. Was für ein schöner Tag für ein Picknick. Hier scheint ein guter Ort zu sein. Lass uns auspacken. Wow, dieser Ort ist echt besonders. Ja, gute Arbeit, Mutter Natur. Okay, lass uns essen. Wir können auf der Decke sitzen. Ich freue mich drauf. Wir haben alles, was wir brauchen. Mh, das sieht lecker aus. Ich hab großen Hunger. Ha, so ist das Leben. Uh, die sehen gut aus. Bekomme ich was ab? Ich glaube, ich hab zu viel gegessen. War aber gut. Ich bin voll. Ich brauch ein Nickerchen. Oh, vielleicht später. Lass uns spielen. Klingt gut. Wow, die Blumen sehen schön aus. Und riechen fantastisch. Ich pflücke eine. Okay, ich bin bereit. Hier kommt er. Na los, schieß schon. Gib dein Bestes. Wie du willst. Das wird ein schneller. Äh, Jasmine. Hey, alles okay? Kann ich atmen? Nee, ich mach nur Spaß. Du hast mich echt reingelegt. Was ist das da auf deinem Shirt? Da sind überall Flecken. Wovon redest du? Oh nein, nicht gut. Warte, ich hab eine Idee. Ich lege die Blumen in mein Notizbuch. Dann mache ich den Deckel zu. Und drücke den runter. Jetzt sind sie schön flach. Dann brauche ich Klebeband. Ich klebe eine Blume auf den Streifen. Dann drücke ich sie noch an. Und lege es auf Jasmines Shirt. Jetzt noch mit dem Löffel andrücken. Damit die Farben aus dem Blütenblatt kommt. Es gibt noch mehr Flecken. Aber ist okay, ich habe viele Blumen. Die sind ein natürlicher Farbstoff. Gibt's was, das Mutter Natur nicht kann? Wird Zeit, das Klebeband zu entfernen. Ich ziehe es vorsichtig ab. Wow, guck dir das an. Die Blumen hinterlassen einen Abdruck. Besser als ich dachte. Wow, ich sehe fresh aus. Viel besser als mein altes Shirt. Mindy, entwirf noch mehr Klamotten für mich. Hey, guck dir die an. Ich habe Blumensocken. Die sind einzigartig. Wie findest du die? Wow, echt nice. Schlag ein. Das war ein erfolgreiches Picknick. Nicht bewegen. Ich will die Essenz einfangen. Also, wird es gut? Es wird ein Meisterwerk. Warte, vielleicht doch nicht. Kannst du dich etwas drehen? Wie ist das? Warte, vielleicht ist es so besser. Nee, ist es nicht. Ich habe das in der Modellschule gelernt. Setz dich hin. Ah, du hast Glück. Im zweiten Semester kamen Sitzen dran. Das war sogar mein Hauptfach. Ich weiß, ich bin ein Naturtalent. Nee, bist du nicht. Veräppelst du mich? Ich habe an dieser Pose hart gearbeitet. Arbeite weiter dran. Das ist nur seltsam. Die muss es sein. Ups, hör auf damit. Ich nenne die der Gollum. Wie findest du die? Davon bekomme ich Albträume. Mach das nie wieder. Also, mir sind die Posen ausgegangen. Ich gebe auf. Hm, ich frage mich. Hey, fang! Was soll ich damit machen? Wickel das um dich. Vertrau mir. Ist da ein Scherz, oder? Warte mal. Dieses Bild habe ich noch nie gesehen. Es inspiriert mich. Kannst du endlich still sitzen? Gib mir einen Moment. Ich will was probieren. Ich binde die Enden des Schals zusammen. Eine Seite ist fertig. Jetzt zur anderen. Dann ziehe ich dran. Jetzt passiert Magie. Sieht aus wie eine Rose. Genau, was ich wollte. Die binde ich um meinen Hals. Dann meine Haare richten. Du bist dran. Wow, sieht echt gut aus. Lass uns Kunst schaffen. Endlich. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Wow, die Modellschule zahlt sich aus. Ich war Klassenbeste. Oh, hallo. Wie geht's? Ich schneide nur die Pflanzen. Was zum? Wie ist das passiert? Okay, ich habe jetzt wirklich alles gesehen. Willst du eine Zitrone? Oh, so eine wollte ich schon immer. Schätze, ich brauche Limonade draus. It's Showtime. Schubidi-Bub. La 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 la. Hört mir zu. Scha la 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 la. Danke, ihr wart ein wunderbares Publikum. Und ich war noch besser. Hab euch alle lieb. Gute Nacht. Das klang nicht gut. War das die Sonnenbrille? Bitte sei okay. Die gehört Mindy. Was mache ich denn jetzt? Ich habe schreckliche Geräusche gehört. Hast du wieder gesungen? Meine Sonnenbrille. Nein. Das war echt dramatisch. Aber ich muss dir reparieren. Ich schulde es, Mindy. Ich sammle alle Teile ein. Och, die kriege ich nie wieder hin. Vielleicht bemerkt sie es gar nicht. Warte, ich habe eine Idee. Dafür brauche ich viele Metallringe. Das wird eine Sisyphus-Arbeit. Dafür brauche ich eine Pinzette. Ich verbinde die mit den Teilen der Sonnenbrille. Genau so. Die müssen jetzt da ran. Die kommen einfach wieder ans Glas. Ich glaube, das war's. Ist ziemlich gut geworden. Hoffe, sie mag sie. Ich lege die einfach hier hin. Sie sieht echt stylisch aus. Wo ist meine Sonnenbrille? Auf dem Tisch. Ist die okay? Ich bin nervös. Irgendwas ist anders. Wow. Wie krass. Stimmt was nicht? Ich finde, sie sieht gut aus. Ich kann es nicht glauben. Die sieht echt cool aus. Ich wusste, sie gefällt dir. Ich mache noch mehr von deinen Sachen kaputt. Bitte nicht. Lass uns abrocknen. Äh, das ist mein Kleid. Ken hat's mir gekauft. Oh oh. Das wird übel. Ah, da ist mein Kamm. Ich komme zu spät. Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss durch. Wo ist mein Make-up? Ah, da ist es. Ich brauche noch Puder. Manchmal ist weniger mehr. Spielst du immer noch mit Puppen? Wie ein Kleinkind. Und du bist unordentlich. Mama wird sauer sein. Oh. Mein Fuß. Oh. Oh, das muss wehtun. Hey. Das ist der Schuh meiner Puppe. Ah, tut mir leid. Ich bin echt wütend. Nein. Hör auf. Hä? Was ist los? Ich habe was für dich. Ah. Das könnte passen. Hä? Was ist das? Was machst du? Ah, ich verstehe. Gefällt mir, wie du denkst. Das sind alles Spielsachen. Ich habe sie nach Farben sortiert. Jetzt geht's los. Ich fange mit den roten an. Ich reiße sie auf meinem Top auf. Einmal um den Halsausschnitt rum. Ich arbeite mich nach unten. Dann wechsle ich die Farben. Weiter geht's mit Pink. Und dann kommen Blautöne. Wow. Sieht toll aus. Ist schön farbenfroh. Und macht Spaß. Das ist die letzte Farbe. Ich will alles abdecken. Wow. Guck dir das an. Ist wunderbar. Wie ein Regenbogen. Und der ist auf meinem Top. Daran hätte ich nie gedacht. Ich muss Mindy danken. Aber zuerst probiere ich's an. Ich muss es betrachten. Das sieht so stylisch aus. Sieht gut aus, Schwester. Schön, dass es dir gefällt. Siehst du, die Puppenschuhe sind nicht nur was für Kinder. Was hättest du ohne sie gemacht? Du hast recht. Danke für deine Hilfe. Aber aufräumen musst du trotzdem. Mama kommt bald nach Hause. Oh, das macht keinen Spaß. Nie kann ich mich amüsieren. Wow. Hier liegt eine Menge rum. Dieses Buch ist echt gut. Ich kann's nicht weglegen. Das ist schön, Liebes. Aber ich stricke lieber. Hä? War das mein Handy? Wer kann das sein? Ich glaub's nicht. Passiert das wirklich? Was für ein Abend. Es ist Partyzeit. Oh, schau sie an. Ich weiß doch, als ihr kleines Baby war. Sie wachsen so schnell. Du wirst was zum Anziehen brauchen. Und du hast Glück. Oh, lass mich mal sehen. Oh je, das kann ich nicht anziehen. Ich werde sie enttäuschen müssen. Und gefällt's dir? Ist nicht gerade mein Style. Aber ich hab so hart daran gearbeitet. Ich mach mich besser fertig. Ich will nicht zu spät kommen. Diese Jacke passt zu allem. Die ist perfekt. Und das Basecap auch. Ich rocke in diesem Look. Darf mein Lippenstift nicht vergessen? Ich liebe diesen Farbton. Der betont meine Lippen. Warte mal. Was ist das? Das ist ein Lippenstiftfleck. Oh, mein Abend ist ruiniert. Warum musste das passieren? Oh, nicht weinen. Das ist eine Katastrophe. Nie kann ich schöne Sachen haben. Warte, ich hab's. Ich muss nur kreativ werden. Ich male Blumen auf diesen Stoff. Die sollen schön bunt werden. Jetzt verbinde ich die. Ich male Stängel und Blätter ran. Sieht toll aus. Jetzt brauche ich Mindy's Jacke. Ich lege den Stoff über den Fleck. Das wird meine Vorlage. Ich stecke die noch fest. Dann fange ich an zu nähen. Ich fange mit der lila Blume an. Dafür nehme ich lila Faden. Ich muss nur den Linien folgen. Dann die Blütenblätter ausfüllen. So entsteht eine hübsche Blume. Das macht sogar Spaß. Ich amüsiere mich prächtig. Ich darf was für Mindy machen. Die erste Blume ist fertig. Jetzt zu den anderen. Ich nehme grünen Faden für die Stiele. Ich lass mir Zeit. Ich will, dass alles perfekt wird. Oh, darf die Blätter nicht vergessen. Ich arbeite mich entlang der Blumenkette. Ich nehme weißen Faden für die Mitte der Blumen. Ich bin gleich fertig. Wow, ich bin zufrieden. Genau, was ich wollte. Mindy, das musst du sehen. Zieh sie an. Wow, unglaublich, dass du das gemacht hast. Du bist die beste Mama. Schätze, das bin ich. Viel Spaß, Liebling. Okay, zurück zu den Stricknadeln. Ich will den Pulli fertig stricken. So sieht mein Freitagabend aus. Im Anflug. Voll ins Ziel. Mach's dir bequem. Es wird Zeit für die Schule. Gib mir eine Minute. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche noch einen Haarreif. Hm, der ist zu bunt. Oh, niemals. Rah, das nicht. Was soll ich machen? Schätze, ich muss zu Hause bleiben. Netter Versuch, aber das wird nicht passieren. Warte mal. Hä? Was hast du vor? Ich habe eine Idee. Ich fange besser gleich an. Zuerst trage ich Kleber auf den Haarreif auf. Ich brauche nur einen Kleck. Das reicht schon. Jetzt klebe ich den Puppenkopf drauf. Hm, ich brauche mehr. Ja, viel besser. Als nächstes kommt das Armband. Diesmal nehme ich roten Kleber. Ich trage etwas aufs Ende auf und klebe den Arm einer Puppe an. Noch etwas mehr Kleber. Ich lasse den am Arm runterlaufen. Das sieht wie tropfendes Blut aus. Ich mache das den ganzen Armreif entlang. Wow, wie erschreckend. Schau mal, was ich hier habe. Oh, du kennst mich zu gut. Das steht mir gut. Passt gut zu mir. Ich habe noch mehr. Na los, setz den auf. Das perfekte Diadem für mich. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Gefällt mir. Ist so stylisch. Ich wusste, dass dir das gefällt. Los jetzt. Malen macht so viel Spaß. Ich könnte das ewig machen. Oh, ich nehme jetzt den Wachsstift. Hey, das sind meine. Aber das kann ich auch. Oh nein, das darfst du nicht. Okay, dann nehme ich noch einen Wachsstift. So ist das also, ja? Oh, jetzt geht's los. Nimm das. Komm doch. Mama. Was ist das für ein Radau? Olivia ist böse. Hört sofort auf. Alle beide. Wartet mal. Ich habe eine Idee. Ja, das wird klappen. Ich brauche diesen Haarreif. Der sieht ganz normal aus, aber nicht mehr lange. Ich trage Kleber auf. Dann klebe ich einen Luftballon drauf. Den falte ich so. Jetzt kommt noch ein Ballon, aber in einer anderen Farbe. Ich klebe die Ballon schräg an und verteile sie entlang des Haarreifes. Als nächstes brauche ich farbiges Band und eine Menge Luftballons. Das ist schön bunt. Hey Mädels, ich habe etwas für euch. Wow, guck dir das an. Und erst für dich, Claire. Wow, ich setze ihn gleich auf. So einen habe ich mir schon immer gewünscht. Ich fühle mich so schick. Sieht gut aus. Lass uns weiter malen. Oh, sie sind wieder glücklich. Bis dann. Du kannst den Wachsstift haben. Nur wenn du meinen Stift nimmst. Oh, mein Kopf krabbelt. Hä, was ist das? Oh, merkwürdig. Ist das ein Gummi? Oh, das ist mein Haargummi. Warum ist der kaputt? Ist wohl wieder sein Rätsel des Lebens. Okay, wo war ich? Äh, ich kann nichts sehen. Meine Haare sind im Weg. Schon besser. Weiter geht's. Langsam wird's nervig. Mama! Was ist los, Süße? Was hast du? Mein Haargummi ist kaputt. Und jetzt stören meine Haare. Das ist ein Problem. Aber das kann ich beheben. Wirklich? Wie denn? Verlass dich auf mich. Warte kurz. Ich lege die Flasche auf den Tisch. Jetzt brauche ich meinen Cutter. Ich schneide ein Stück ab. Das schneide ich jetzt auf. Die Schere macht das. Der Schnitt soll schön gerade sein. Jetzt noch dekorieren. Ich habe goldenen Stoff genommen. Hier schiebe ich ein Holzspieß durch. Und das war's. Das wird dir helfen. Lass uns deine Haare richten. Oh, als ob ich beim Friseur bin. Äh, weißt du, was du da tust? Mir wird schwindelig, Mama. Alles unter Kontrolle. Ich habe hier eine Klammer. Die hält deine Haare an Ort und Stelle. Wow, du bist die beste Mama. Ich werde dir was Schönes malen. Ich habe mein Outfit gewählt. Wow, langsam. Das wäre peinlich geworden. Claire, ist das mein Kleid? Und das ist meine Uhr. Gib die her. Ach, unfair. Gib mir den Rest. Das ist kein Spielzeug. Ich wollte hübsch aussehen. Immer verdürbst du mir den Spaß. Vielleicht möchtest du ein Bild malen. Nein, das ist langweilig. Sei nicht so. Ich bin nicht glücklich. Moment mal. Schau dir diese praktisch platzierte Nudel an. Das ist ein Zeichen. Die Inspiration hat zugeschlagen. Ich brauche eine Handvoll roher Nudeln. Zuerst male ich sie an. Ich beginne mit Rot. Das wird fantastisch aussehen. Jede Nudel bekommt eine andere Farbe. Jetzt brauche ich ein langes Band. Ich trage Klebe auf die Nudel auf. Ein Klecks reicht schon. Dann klebe ich die Nudel auf das Band. Und auf die anderen. Ich habe etwas Hübsches für dich. Wirklich? Wie aufregend. Das solltest du nicht essen. Du trägst es. Das ist ein Armband. Wow. Es ist wunderschön. Es gibt sogar eine Halskette. Wie findest du das? Das ist fantastisch. Und das gehört alles dir. Wow. Ich mache das gleich um. Und mein Schmuck ist sicher. Danke. Wie sehe ich aus, Mama? Ich weiß. Wunderschön. Das kann ich jeden Tag tragen. Außer ich habe Hunger. Mein Einhorn hat das passende Set. Wie niedlich. Ihr seht fabelhaft aus. Warte kurz. Jetzt bin ich fabelhaft. Ich habe alles, was ich brauche. Äh, Claire? Ist das meine Jacke? Und was willst du mit meinen Handtaschen? Wir gehen aus. Bis später. Diese Aufkleber sind so hübsch. Ich liebe Blumen. Die machen das Zimmer freundlicher. Oh, ich nehme den hier. Die machen mich glücklich. Wow. Was für schöne Blumen. Ich bin gleich wieder da. Die muss ich mir genauer angucken. Hm. Ich kann mir ein paar nehmen. Mama wird es nicht bemerken. Vielleicht noch eine. Das perfekte Verbrechen. Ich klebe die hier an. Wow. Das sieht toll aus. Und macht so viel Spaß. Ich bin fertig. Mama wird total überrascht sein. Oh. Guck dir das an. Ich wusste, dass dir das gefällt. Äh. Warte mal. Diese Blumen kommen mir bekannt vor. Ich glaube das nicht. Olivia, wie konntest du nur? Was? Was stimmt nicht? Es ist okay. Warte. Ich weiß. Ich habe eine Idee. Gib mir einen Moment. Ich brauche ein Buch dafür. Jetzt klappe ich den Deckel zu. Und drücke ihn nach unten. Ich muss festdrücken. Schauen wir mal. Die Blüte ist ganz flach. Genau was ich wollte. Die kommt jetzt in diese Schale. Und ich gieße Kleber drüber. Ich brauche eine Menge Kleber. Die Blüte soll bedeckt sein. Das müsste reichen. Dann warte ich, bis der Kleber fest ist. Jetzt zeige ich dir Olivia. Ich schäle sie vorsichtig aus der Schale. Ich will sie nicht kaputt machen. Gleich geschafft. Oh, Olivia. Schau mal, was ich habe. Wow, zeig mal. Machen wir sie ans Fenster. Wow, ist wie ein Aufkleber. Aber das sind echte Blumen. Sieht toll aus. Jetzt haben wir lange Freude an diesen Blumen. Und das verdanken wir nur dir. Wow, Achtung, Krokodil. Komm. Bist du bereit, Claire? Wow, guck dich an. Ich nehme an, ich sehe gut aus. Das ist eine hübsche Halskette. Kann ich die haben? Oh, du willst die? Ich denke nicht. Och, nie bekomme ich die schönen Sachen. Das Leben ist echt grausam. Hey, meine Krokodile. Die werden mir helfen. Wir müssen los. Warte ganz kurz. Ich male die Krokodile gold an. Wow, was für ein Unterschied. Jetzt brauche ich eine Kette. Ich lege sie auf den Rücken des Krokodils. Von vorne bis zum Schwanz. Das mache ich auch beim anderen Krokodil. Jetzt geht es weiter. Ich brauche ein Stück Draht. Ich habe unten ins Krokodil ein Loch gebohrt. Da schiebe ich den Draht durch. Jetzt brauche ich super starken Kleber. Ich mache einen Klecks auf den Fuß des Krokodils. Da klebe ich einen kleinen Magneten an. Ich warte, bis der Kleber fest ist. Und dann kommt der andere Fuß drauf. Das gefällt mir. Wow, schau dir das an. Das ist ein echtes Schmuckstück. Es ist fantastisch. Ich wusste, dass es dir gefällt. Vielleicht können wir tauschen. Nein, ich denke nicht. Komm, lass uns gehen. Ich hätte auch gern Krokodile. Ach, na ja. Sie darf mich nicht finden. Ich muss mich verkleiden. Und das sofort. Olivia? Schätzchen? Wo bist du? Oh, ist sie das? Hey, wie wäre es mit einem Tausch? Danke. Oh, was Süßes. Danke, nette Fremde. Das brauche ich jetzt. Aber nicht für meine Zähne. Oh, ich liebe diese Farbe. Sie wird nach jemandem im Kleid suchen. Aber ich bin auf alles vorbereitet. Das kann runter. Ich habe sowieso nicht gemocht. Ich muss von der Hauptstraße weg. Hm, die Pamplika sieht frisch aus. Ich liebe diese Farbe. Und meine Lippen auch. Jetzt tarne ich mich. Ich verschwinde. Hallo, Schatz. Ich habe mir schon gefragt, wo du hin bist. Ich habe hier was für dich. Ich hasse Gemüse. Das meine ich doch nicht. Hier für dich. Wow, danke, Oma. Aber erzähl es nicht weiter. Nein, die Gabel kommt da nicht hin. Ich bin wach. Ist es schon morgen? Ich habe so gut geschlafen. Guten Morgen, Madame. Ich könnte noch im Bett bleiben. Ihre Kleider hängen auf der Stange. Oh, die hast du gut ausgewählt. Das muss einen Millimeter nach links. So ist es besser. Oh, ich werde das anziehen. Es ist wunderschön. Ja, das ist es. Wunderbar, Madame. Puh, endlich ist sie weg. Das ist meine Chance. Ich muss schnell sein. Schau dir diese Schuhe an. Das ist so aufregend. Zeig's Ihnen, Mädchen. Ich meine Butler. Ist gar nicht so schwer. Ich bin ein Naturtalent. Wow. Mann am Boden. Da war ich wohl ein bisschen zu selbstsicher. Hä? Wie ist der denn da hingekommen? Ich hole den da mal raus. Niemand darf wissen, was hier passiert ist. Puh. Warte. Nein. Nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Ich werde bestimmt gefeuert. Ich muss das reparieren. Hm. Vielleicht hilft mir dieser Glitzer. Der sieht so hübsch aus. Hm. Ein Versuch ist es wert. Ich fange gleich an. Ich verpasse den Schuhen ein Makeover. Und dazu brauche ich dieses Klebeband. Ich klebe es auf die Schuhe. Zuerst an der Sohle. Dann teile ich den Schuh in Abschnitte. Jetzt streiche ich Kleber drauf. Ich muss mich sputen. Der Kleber darf nicht hart sein. Ich habe den Pinsel in Glitzer getaucht. Und damit streiche ich jetzt über den Schuh. Das gibt Ihnen ein bisschen Glanz. Jeder liebt Glitzer, oder? Jeder Abschnitt bekommt eine andere Farbe. Wenn ich fertig bin, kommt das Klebeband ab. Wahnsinn. Guck's dir an. Das sieht toll aus. Der andere Schuh ist auch schon fertig. Wir brauchen ja ein passendes Paar. Die kommen jetzt zurück ins Regal. Boah. Solche Schuhe hätte ich auch gerne. Ich würde daran fabelhaft aussehen. Oh oh. Was ist hier los? Hast du mir neue Schuhe gekauft? Ähm. Natürlich habe ich das. Wow. Du bist der Beste. Sie schöpft keinen Verdacht. Ich werde sie gleich anziehen. Die passen perfekt. Wie kann ich dir dafür nur danken? Ich hoffe, das ist genug. Wow. Danke, Madame. Damit kann ich viele Schuhe kaufen. Hä? Äh. Nichts. Ich muss zum Shoppen. Viel Spaß. Okay. Jetzt kann ich los. Dann mache ich die Leute mal neidisch. Wow. So schicke Schuhe. Als ob du einen Regenbogen anhast. Bleib da stehen. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Mädel, du siehst scharf aus. Was mache ich hier? Geh einfach rein. Das wird toll aussehen. Danke, dass du mir hilfst. Ich will, dass das Date perfekt wird. Das war's. Ich hoffe, es gefällt dir. Lass mich mal sehen. Wow. Ich liebe es. Wirklich? Da bin ich aber erleichtert. Ich glaube, ich bin bereit. Was? Mein Kleid. So kann ich doch nicht rausgehen. Das ist ja eine Katastrophe. Ich sehe wie ein Penner aus. Ja. Das sieht nicht gut aus. Was mache ich denn jetzt? Hazel, hilf mir. Wir haben Zeit, um ein anderes Outfit zu finden. Oder vielleicht auch nicht. Ich bin total nervös. Hoffentlich mag Olivia diese Blumen. Hallo? Oh nein, bitte hilf mir. Tun wir so, als ob wir nicht hier wären. Okay, ich gebe mein Bestes. Beeil dich. Ich kann nicht gut unter Druck, Olivia. Das ist eine Katastrophe. Denk nach. Was können wir machen? Hier muss es doch was geben. Warte, da drüben. Warum musste das passieren? Aha, eine Schere. Mit der wird's gehen. Dann mal los. Äh, leg die Schere weg. Ich weiß, was ich tue. Bist du dir da sicher? Japp, lass uns keine Zeit verlieren. Ich mache einen Schnitt unten ins Kleid. Über den Saum hinüber. Und bis zum Riss. Machst du es jetzt nicht noch schlimmer? Sch, ich muss mich konzentrieren. Jetzt mache ich den Schnitt größer. Das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt brauche ich Sicherheitsnadeln. Ich beginne unten am Saum des Kleides. Ich steche die Nadel in die eine Seite rein, dann rüber zur anderen. Und dort steche ich sie auch durch. Jetzt schließe ich die Sicherheitsnadel. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich mache das bis ganz nach oben. Jetzt bin ich fertig. Und ich bin ziemlich zufrieden damit. Wir haben aus einem zerrissenen Kleid ein modisches Outfit gemacht. Wahnsinn. Ich kann's kaum glauben. Du bist ja ein Mode-Guru. Ich fühle mich so schick. Was dauert denn das so lange? Komm schon, wir haben eine Tischreservierung. Olivia, bist du da drin? Worauf wartest du noch? Wow. Du siehst umwerfend aus. Das meinst du ernst? Natürlich tut er das. Guck dich doch an. Ja, was sie sagt. Habt Spaß, ihr zwei. Bis später. Um neun bringst du sie nach Hause. Ist das Klopapier? Klopapier? Wieso konnten wir das nur übersehen? Olivia! Ach, so schlimm ist's ja nicht. Ein neuer Tag. Ein neuer Tag. Und das Geschäft läuft. Ich brauch nur ein paar Kunden. Oh, ich sollte professionell gucken. Wow, so schicke Klamotten. Hi. Oh, das ist hübsch. Das gefällt mir auch. Das sieht alles so gut aus. Toll. Wieder so ein Browser. Das würde mir auch gut stehen. Und mir gefällt diese Farbe. Wow, guck dir diese Jeans an. Die ist anders. Aber auf eine gute Art. Die muss in meine Sammlung. Natürlich muss sie das. Ich möchte bitte diese Jeans. Na endlich. Ich dachte schon, du willst nur meine Zeit verschwenden. Vielleicht hab ich mich in dir getäuscht. Ein 50er? Äh, stimmt was nicht? Ich wusste, das ist sinnlos. Schon mal aufs Preisschild geguckt? Du brauchst mehr als einen 50er. Was? 200 für eine Jeans? Vielleicht hab ich etwas, das besser in dein Budget passt. Lass mich nachsehen. Hm, was ist das? Ich denke, das wird dir gefallen. Oh, was ist das? Tada! Ganz schön teuer für sehr wenig Stoff. Aber wir sind im Geschäft. Na ja. Hm, ich frag mich. Ich hab großes vor damit. Dafür brauch ich aber diese Stifte. Doch zuerst zieh ich den an. Ich trag ihn über meiner Jeans. Was macht sie da? Beachte mich einfach nicht. Ist schwer. Dieser Anblick wird mich im Schlaf verfolgen. Der ist ganz schön eng. Okay, jetzt zum nächsten Schritt. Ich schnapp mir mal diesen Stift. Ich mag die Farbe. Und jetzt mach ich aus meiner alten Jeans eine Designer-Jeans. Ich muss nur mit dem Stift über den Slip malen. Der Stoff dient als Schablone. Ich male einfach die Lücken aus. Aber nur an einem Bein. Genau wie bei der Schaufensterpuppe. Wow, was sehen meine Augen? Ich mach's auch auf der Gesells-Tasche. Das macht Spaß. Ich sollte das auch mit meinen anderen Jeans machen. So, ich bin fertig. Jetzt kann ich den ausziehen. Ich brauch den nicht mehr. Wow, das sieht toll aus. Designer-Jeans zum günstigen Preis. Wie findest du die? Wow, du bist echt talentiert. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich aber los. Alles klar bei dir? Tu so, als hättest du das nicht gesehen. Was war das denn? Oh, stimmt. Wie peinlich. Äh, das war Absicht. Na klar doch. Kontakt mit Leuten mag ich gar nicht. Aber ich hab eine gute Idee bekommen. Mach weiter. Nicht aufhören. So ist's gut. Du machst das toll. Danke. Ich bin echt gut, stimmt's? Wow, das ist also ein Fitnessstudio. Oh, hey. Hi, Olivia. Ah, wer ist das denn? Sie sieht so fit und gesund aus. Ich kann das auch. Aber ich mach's interessanter. Ich nehm noch Gewichte. Kommt Nick zu mir? String dich weiter an, Hazel. Nee, das klappt nicht. Vielleicht versuch ich's mit Seilspringen. Ist schwieriger als ich dachte. Ohne Fleiß keinen Preis. Oh oh. Ich glaub, ich steck fest. Mayday, Mayday. Und jetzt ein paar Ausfallschritte. Okay, was immer du sagst. Sie hält sich für was Besonderes. Ich trage Baggy-Klamotten. Und sie sieht so schick aus. Guck sie dir an. Vielleicht brauch ich nur neue Klamotten. Dann würde Nick mich beachten. Ja, das wird definitiv klappen. Ich leg meine Hose auf den Tisch. Denn ich werd sie ein bisschen anpassen. Ich mach einen Schritt an der Seite. Oben am Oberschenkel. Und schneide diagonal von außen nach innen. Das gleiche mach ich auf der anderen Seite. Genau so. Und jetzt dreh ich sie um. Unten liegt jetzt oben auf den Beinen. Dann raffe ich den Stoff zusammen. Und klappe ihn etwas um. Jetzt muss ich das nur noch zusammennähen. Ich nähe entlang des Bunts, um die Beine anzubringen. Alles soll schön fest sitzen. Okay, ich bin fertig. Wollen wir später einen Kaffee trinken? Äh, Olivia? Oh hey Nick. Gefällt dir mein neues Outfit? Ich bin nicht so gut im Flirten. Wow. Du siehst heiß aus. Hey, wo willst du hin? Oh mein Gott, er kommt rüber. Also äh, willst du trainieren? Warte, gib mir eine Sekunde. Ich will's mir etwas bequemer machen. Wow, sei still, klopfendes Herz. Gefällt dir, was du siehst? Äh, was hast du denn da an? Ich hab ein Bizeps trainiert. Oh ja, das kann ich sehen. Das war wohl ein Fehler. Ich geh nach Hause. Oh, komm zurück. Hey. Wo waren wir stehen geblieben? Was zum... Ich muss los. Wenn du gut aussiehst, fühlst du dich auch gut. Wer hatte deiner Meinung nach das beste Outfit, Luna oder Betty? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Teile dieses Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses. Und dann fitnessst du den Kommentaren wie dieses Video mit dem K γ urUCKI gonna have tolle DutchMut. Dassel Tokyo mit einem ehemaligen, mental psychoborgen ist das 치z害. Weil Leute zum Neren aufholt insign.